So, wir sind ja wieder zurück, der Vollgrad vom Erd. So, wir sind also in der Erntesession, da wird gleich ein Nachschut. Gut, wir brauchen jetzt ein Leidwerk, denn wir fahren einfach nur üblich durch. So, wir brauchen jetzt ein Leidwerk, das ist ein Leidwerk, das ist ein Leidwerk, das ist ein Leidwerk. Und wir brauchen jetzt ein Leidwerk, das ist ein Leidwerk, das ist ein Leidwerk. ins silo das ist so also wieder voll im gange was mit dem anbau koordiniert läuft aber nicht so gut ab irgendwas einfallen lassen aber da kommt ja unser hof hin das nächste große das projekt Also wie gesagt nächstes Prestigeprojekt hier wird der eigene Hof sein, da haben wir noch aber etwas dazu. Ja Stroh abfahren momentan nein, ist mir ein bisschen zu hektisch das Ganze. Momentan, deswegen eher nein. Lassen wir es so, ja. Also wir sind voll im Dreschen, drüben eben die Tonnenblut mit der erste. Also. Okay. 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 auf die Biogasanlage zu schränken. Biogasanlage sollte dann auch wieder gut reinkommen. Deswegen tun wir jetzt schon Mais anbauen. Da wird dann schon zu sparsch verarbeitet, weil am eigenen Hof werden wir natürlich auch ein Silo machen. Das Excelgut kann man ja in unser kleines Silo davon aufführen. Das wird eben jetzt entleert, dann kommt es weg. Der Hühnerstall kommt auch dann weg. Mehr gibt es eigentlich eh nichts zu erzählen momentan. Wahnsinn was wir jetzt schon reindreschen. Also bin ich schon überrascht wie viel das dann im Endeffekt wirklich ist. Was da rein kommt. Aber gut. Noch ist unser Ziel nicht vorbei. Wie gesagt ganze Karte verbauen. Großer Ziel. Dann zwischendurch in den Streams eben ohne Video. Alles im Video zu verpacken wäre glaube ich nicht zu lang. Nachdem ich auch zwischendurch einfach, wenn ich Zeit habe, ein bisschen was mache. Da ist nur die Helfer herum kommentieren. Das ist schon auch. Ich gehe da. Ja, ich fahre. Vielen Dank. 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 Jetzt hier weiter fokussieren. Vielen Dank. Ja? 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 Gut, dann hören wir dazu. 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 Gut. Gut, dann hören wir dazu. 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 Aber dann abzu. Ob das rein geht. Das war's gut, dann war's das mit der Folge, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, hat man was gut und ciao.